Mit Abstand und negativ getestet darf ich jetzt bei mir die vier Landesräte begrüßen. Juliane Bogner-Strauß, Barbara Eibinger-Miedl, Christopher Drexler und Hans Seitinger. Schön, dass Sie hier sind und dass wir uns auch live sehen, wir uns zumindest und an alle anderen, die zugeschaltet sind. Heuer ist, wie gesagt, alles anders. Auch schon letztes Jahr war alles anders. Deshalb eben dieser Talk mit den Vieren gemeinsam. Das Thema ist Comeback Steiermark mit Zuversicht in das Jahr 2021. Und ich würde gerne von Ihnen Vieren jetzt gleich einmal gerne wissen, also die Frage gilt an Sie alle. Was war für Sie der herausforderndste Moment im Jahr 2020 und wie schwer war es in der letzten Zeit, Politiker zu sein? Ich darf vielleicht gleich anfangen. Juliane Bogner-Strauß, bitte. Eine schwierige Frage, aber eine einfache Antwort. Also eigentlich war jeder Moment ab diesem Moment, wo das Virus bei uns Einzug gehalten hat, ein schwieriger Moment. Wenn ich aber nur in die letzten Wochen zurückblicke, so war es eindeutig die Mutation, die britische, die jetzt auch in der Steiermark und in ganz Österreich Einzug gehalten hat. Darf ich gleich weiter? Machen wir zuerst die Damen. Barbara Eibinger-Miedl, bitte. Bei mir im Wirtschaftsresort Detto. Es war insgesamt ein herausforderndes Jahr im Rückblick. Aber bei mir hat sich schon ein Tag eingebrannt. Und es gibt im Leben eigentlich Ereignisse, da weiß man genau, welches Datum war das und wo war man in diesem Augenblick. Und bei mir war das dieser berühmte Freitag, der 13. März, wo verkündet wurde, es kommt jetzt auf Österreich ein Lockdown zu. Alles haben wir vorher noch nie erlebt. Und ich kann mich erinnern, wir waren das gesamte Team bei uns im Büro am Nikolaiplatz. Wir haben uns verabschiedet. Wir haben uns alles Gute gewünscht. Das hat keiner gewusst. Was kommt jetzt wirklich auf uns zu? Rückblickend betrachtet, wie ist man, dass wir es gut gemeistert haben mit Homeoffice, mit vielen Maßnahmen für die Wirtschaft, die wir umgesetzt haben. Aber wie gesagt, dieser Tag, der Freitag der 13., der wird mir sehr lange in Erinnerung bleiben. Da kriegt man fast so ein bisschen Gänsehaut, wenn man so daran denkt. Das sind eben genau solche Ereignisse. Christopher Drexler, wie war das bei Ihnen im letzten Jahr? Nun zuerst muss ich bei der Barbara anschließen, wenn sie an den 13. März erinnert, dann muss ich sagen, ich habe am 15. März Geburtstag, also ich war bei einem Lockdown-Beginn-Geburtstag gehabt im vergangenen Jahr. Und meine Liebste war in Wien festgehalten durch Verpflichtungen, also war ich ganz allein am Geburtstag. Das ist mir in Erinnerung. Aber insgesamt war das Jahr 2020 eine ganz große Herausforderung, auch in den Bereichen Kultur und Sport beispielsweise. Und das spannendste oder die größte Herausforderung 2020 war, glaube ich, schon den Grand Prix in Spielberg oder beide Grands Prix in Spielberg unter Covid-Bedingungen zustande zu bringen. Das war eine ganz interessante Erfahrung aus diesem Krisenjahr. Wir hoffen, dass der nächste Geburtstag dann nicht noch ein Lockdown-Geburtstag wird. Bitte noch, last but not least, Hans Seitinger. Ja, als das Klopapier ausgegangen ist, am zweiten oder dritten Tag, nachdem der Lockdown verkündet wurde, habe ich mir gedacht, das könnte die größte Chance der Steiermark sein. Wir sind ja das waldreichste Bundesland und haben auch die größte Papierindustrie hier. Aber Spaß beiseite. Ich glaube, das größte und wohl herausforderndste war jedenfalls, dass wir die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln gewährleisten konnten. Das ist ja bei einer Krise, die schwer kalkulierbar ist und auch bei kriegerischen Auseinandersetzungen immer der entscheidendste Punkt. Vielleicht lässt sich dieser Hamsterkauf irgendwie nur eindämmen, denn mit einem Hamsterkauf signalisiert man, dass man Unsicherheit hat und dass möglicherweise morgen noch größere Krisen kommen. Und das ist uns eigentlich gelungen im gesamten vorigen Jahr, jede Vitrine, jedes Regal, auch jedes Haus warm zu halten. Das heißt, alle Dienstleistungen, die hier im wichtigsten Tag seinen Versorgungsbereich zu leisten sind, haben gehalten. Und das zeigt schon, dass wir in der Steiermark insgesamt sehr, sehr gut aufgestellt sind. Als Eingangsfrage vielen Dank. Wir machen das jetzt Step by Step. Ich starte jetzt bitte mit Landesrätin Juliane Burgner-Strauß. Die erste Frage an Sie. Die Corona-Krise hat natürlich alles überschattet. Was ist abseits davon dennoch in Ihren Ressorts alles umgesetzt worden? Und unter welchen Themen konnten Sie so ein bisschen so ein Hackerl setzen und sagen, das ist erledigt? Naja, es ist ganz schön viel passiert. Auch nebenbei möchte man fast sagen, weil das ist ja fast nicht an die Oberfläche gekommen. Weil Corona hat wirklich alles überschattet, auch in der medialen Berichterstattung. Aber wir haben ganz viel gemacht. Wir haben in der Pflege ein Augenmerk darauf gelegt, mobil vor stationär zu forcieren. Wir haben Tageszentren mittels Elacol genehmigt. Wir haben die Pflegedrehscheiben auf alle Bezirke ausgebaut. Wir haben eine Pflege-Hotline eingeführt, die auch erhalten bleiben wird über Corona hinaus. Wir haben es geschafft, in der Kinderbetreuung mehr Plätze auszubauen, als wir es eigentlich angedacht hatten. Wir haben in Summe fast 9 Millionen Euro in die Hand genommen. Also wir haben wirklich wichtige Akzente gesetzt. Wir haben bei den Frauenberatungsstellen schon vor Corona gesagt, wir wollen hier finanziell aufstocken. Und das war genau der richtige Zeitpunkt, weil hier haben wir wesentlich mehr Anfragen als je zuvor. Das heißt, auch neben Corona ist hier einiges gelungen im letzten Jahr. Gott sei Dank, kann man das sagen. In Ihren Ressorts ist das Thema ja Corona von A bis Z und quasi eigentlich 24 Stunden lang präsent. Was sind die wichtigsten Meilensteine und Schritte vor allem in den nächsten Monaten? Ja, da muss man auseinanderhalten, die Meilensteine, was Corona angeht. Da haben wir heute schon einen tollen Vortrag gehört, das Impfen und die steirische Impfstrategie, in der Hoffnung, dass jetzt viele Impfdosen nach Österreich und in die Steiermark kommen, weil alle Impfdosen, die wir bis jetzt bekommen haben, haben wir ja beinahe verimpft, aber auf jeden Fall schon alle abgerufen. Was auch noch ganz wichtig sein wird, ist die Nachverfolgung der britischen Mutation. Wir sind jetzt auf einem guten Punkt angekommen, was die Sieben-Tages-Inzidenz angeht. Wir sind jetzt bei 100 in etwa. Also ein Zwischenziel haben wir erreicht, haben natürlich aber große Sorge, dass uns die britische Mutation sozusagen einen Strich durch die Rechnung macht. Und wenn wir jetzt aber genau nachvollziehen können, wie breitet sich das aus, das Infektionsgeschehen und wie können wir es vorzeitig eindämmen, dann hilft das natürlich, damit wir unsere Ziele erfüllen können und auch den Lockdown hoffentlich bald beenden können. Aber daneben das weiter große Ziel, Vereinbarkeit Familie und Beruf. Das war eine Herausforderung, vor allem während Corona. Das heißt, weiterhin die Kinderbetreuung ausbauen. Ein zweites großes Ziel, Pflege. Corona hat uns schon gezeigt, wo da die Herausforderungen in der Pflege liegen. Also noch einmal mobil vor stationär Tageszentren ausbauen, die mobile Hauskrankenpflege hochfahren, die Alltagshilfen verbessern. Da geht es ja nicht nur um Pflege und Betreuung, sondern da geht es auch um miteinander sprechen, um emotionale Unterstützung. Da ist vieles, das noch 21 auf den Weg gebracht wird. Und da muss ich Danke sagen meinem Team einmal vorweg, weil für uns war es eine herausfordernde Situation. Wir haben Ende Dezember gemeinsam angefangen und Ende Februar hat uns sozusagen Corona erwischt. Wir waren als Team frisch zusammengestoppelt. Aber diese Krise und diese Situation hat auch dazu geführt, dass wir besonders gut zusammengewachsen sind. Wir sind quasi gleich ins kalte Wasser geschmissen worden mit Bauch und Trompeten. Aber nehmen wir es, so wie der Dr. Christoph Wenisch gesagt hat, die Mutation kann kommen und wir sind dem hoffentlich gerüstet. Vielen Dank einmal einstweilen. Ich gehe weiter zu Landesrat Christopher Drexler. Es hat ja viele, viele Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gegeben. Besonders betroffen war und ist natürlich Sport und Kultur. Wie ist es in diesen Bereichen in der Steiermark gegangen? Vielleicht können Sie uns da ein bisschen erzählen. Tatsächlich sind Kultur und Sport ganz besonders von der Pandemie betroffen. Und was auf den ersten Blick eigenartig erscheint, ist auf den zweiten Blick relativ klar, weil beide Bereiche eines gemeinsam haben. In der Kultur, aber auch im Sport geht es um das direkte Erleben, geht es um den direkten Austausch mit dem Publikum. Und genau das war eigentlich in den letzten Monaten oder genau genommen im letzten Jahr so schwer möglich. Das heißt, es war einfach nicht möglich, vor Publikum zu spielen, vor Publikum sozusagen sich zu verwirklichen. Daneben gab es ökonomische Herausforderungen, die wir Gott sei Dank gemeinsam mit der Bundesregierung gut gemeistert haben. Und ich bin schon sehr froh, dass wir gerade aus den Bereichen Kunst, Kultur und Sport als steirische Landesregierung ein sehr positives Feedback bekommen haben, weil wir schnell, zum Teil mit einfachen Maßnahmen, aber schnell und zielgerichtet reagiert haben. Sodass ich glaube, dass wir am Weg aus der Krise dort anschließen können, wo wir vor der Krise waren. Was meine ich damit? Wir wollen beispielsweise nicht, dass Basketball, Volleyball, Handball auf einem kleineren, geringeren Niveau gespielt wird in der Steiermark, als es vor der Krise war. Gehlt im Übrigen auch für den Fußball. Und wir wollen natürlich, dass wir auch mit unseren Kulturinstitutionen dort wieder anschließen können. Das Wichtige ist jetzt, durch die Impfstrategie, die heute schon angesprochen worden ist, in die Lage versetzt zu werden, dass wir tatsächlich wieder diesen Weg aus der Krise heraus gemeinsam schaffen können. An alle Mitglieder der Steirischen Volkspartei und auch an alle Pressevertreter. Wenn Sie nur natürlich Fragen haben an unsere vier Landesräte, dann können Sie die jetzt auch schon stellen. Dann können wir die auch gleich ein bisschen sortieren. Ich höre noch, Herr Landesrat, wie Sie im November davon gesprochen haben, dass der Sport wie kein anderer Bereich für Zuversicht und Optimismus steht. Was haben Sie jetzt damit gemeint? Und die Frage ist, sehen Sie das noch immer so? Naja, absolut. Ich meine, ich habe vorhin den Grand Prix angesprochen. Ich glaube, das war im Sommer einmal ein ganz großes Zeichen des Optimismus und der Zuversicht, dass wir in der Steiermark ist zustande gebracht haben, den ersten internationalen Großevent im Sport nach dem Lockdown. im Frühjahr zustande zu bringen und wir waren der Benchmark für die ganze Welt. Und so ist es mir auch wichtig, dass wir etwa im Skibereich, Nordisch, Snowboard und jetzt in Kürze dann auch wieder das Night Race in Schladming trotz der Pandemie, trotz aller Einschränkungen zustande bringen werden und damit Bilder in die Welt senden, aber auch Bilder in den Rest Österreich senden, die einfach zeigen, das Leben geht weiter und wir sind gewappnet für diesen Weg aus der Krise heraus. Kultur, Europa, Sport und Personal, was sind über die genannten Dinge hinaus die großen Vorhaben in Ihrem Ressort für das heurige Jahr, für das Jahr 2021? Nun, ganz besonders wichtig ist es mir, dass wir mit der Steiermark-Schau den, glaube ich, wesentlichsten kulturpolitischen Akzent seit langem setzen werden. Die Steiermark-Schau wird am 9. April eröffnet werden und wird eine ganz große Reflexion der Steiermark des Steirischen sein. Wir werden an drei Standorten in Graz im Museum für Geschichte, im dann neu renovierten und eröffneten Volkskundemuseum und im Kunsthaus einfach die Fragen beleuchten, woher kommen wir, wo stehen wir, wer sind wir und wohin gehen wir. Und parallel dazu wird es einen mobilen Pavillon geben, der an vier Standorten in der Steiermark zu sehen sein wird, in Hartberg, in Spielberg, in Schladming und letztlich in Bad Radkersburg. Und ganz besonders wichtig, wir werden mit dieser Steiermark-Schau, mit diesem steirischen kulturpolitischen Akzent auch in der Bundeshauptstadt Wien zugegen sein. Es wird dieser mobile Pavillon auch mutmaßlich am Heldenplatz in Wien die Steiermark-Schau sozusagen in die Bundeshauptstadt bringen, was, glaube ich, sehr gut zusammenpasst damit, dass wir den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz haben, den Vorsitz im Bundesrat haben und mithin ist es ganz wichtig, auch einen Kulturakzent dort in Wien zu setzen. Abgesehen davon werden wir kulturpolitische Leitlinien für die Steiermark neue entwickeln. Wir werden eine neue Europastrategie präsentieren im Jahr 2021 und wir werden letztlich auch eine neue Sportstrategie 2021 präsentieren. Also das heißt, wir setzen alle drei Ressortbereiche neu auf. Um mit Zuversicht in die Zukunft gehen zu können und sozusagen alle mit auf den Weg aus der Krise zu nehmen. Dankeschön, Landesrat Drexler. Ich bitte Sie noch, wenn Sie Fragen haben, bitte schreiben Sie am Anfang auch dazu, an wen die Frage genau gestellt ist. Man sollte sich jetzt nur um Gesundheit drehen. Wovon wir ausgehen, dann weiß ich schon, an wen sie gerichtet ist. Aber vielleicht bitte am Anfang dazuschreiben, an welchen Landesrat. Ich mache weiter mit Barbara Eibinger-Miedl. Warum wollen und werden Sie ganz besonders Zuversicht ausstrahlen? Wieso können wir alle mit Optimismus in das Frühjahr blicken? Wir können mit Sicherheit mit Optimismus ins Frühjahr blicken, weil die steirische Wirtschaft und der steirische Tourismus eine gute und gesunde Basis haben. Zum ersten Jahr, letztes Jahr, hat uns diese Pandemie vor Riesenherausforderungen gestellt. Aber die steirischen Betriebe und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in sehr kurzer Zeit Sicherheitskonzepte erstellt, Hygienemaßnahmen in die Wege geleitet. Und wir haben auch gesehen im Sommer, sobald der Lockdown vorbei war, ist es auch gerade im Tourismus in der Steiermark bergauf gegangen. Ich möchte auch einmal hervorstreichen, welch großartige Leistungen die Wissenschaft hier vollbracht hat. Ich glaube, das unterscheidet uns zur letzten großen weltweiten Pandemie, also der spanischen Grippe. Und allein das kann uns mit Zuversicht ausstatten, dass es jetzt Medikamente gibt, dass es eine Impfung gibt. Und wir wissen auch bei mir im Ressort, dass viele Unternehmen die letzten Monate genutzt haben, unbewusst Investitionen zu tätigen. Das heißt, es gibt viele Betriebe, die aus der Krise gestärkt hervorstarten können. Stichwort Green Deal. Die EU-Kommission will ja mit dem Green Deal eben raus aus dieser Krise und setzt damit stark auf die Themen Klimaneutralität der Wirtschaft und auch auf Digitalisierung. Das sind jetzt Bereiche, in denen ja Ihr Ressort seit Jahren ganz, ganz wichtige Impulse gesetzt hat. Ist die Steiermark da gut aufgestellt, um aus diesen europäischen Impulsen so eine zusätzliche Dynamik zu gewinnen? Absolut. Diese zwei Schlagwörter, Digitalisierung und Green Deal, sind jetzt in aller Munde. In der Steiermark setzen wir schon viele Jahre darauf. Und wir haben es beispielsweise auch schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie mit einem großen Schwerpunkt in unserem Regierungsprogramm versehen. In der Steiermark haben wir beispielsweise im Bereich der Nachhaltigkeit mit dem Green Tech Cluster einen Umweltcluster, der schon dreimal als weltbester Cluster ausgezeichnet worden ist. Oder im Bereich der Digitalisierung mit einem Silicon Alps Cluster, im Bereich der Mikroelektronik, mit den Leistungen einer technischen Universität, gerade zur Cybersecurity, sind wir in beiden Bereichen in der Forschung wunderbar aufgestellt. Und ich bin mir sicher, dass wir es dadurch schaffen werden, diese europäischen Gelder, aber auch Bundesgelder sehr gut in die Steiermark holen zu können. Und was vor allem mein Ziel ist, dass wir diese beiden Bereiche in den nächsten Jahren noch mehr in die Breite bekommen. Also in der Wissenschaft und Forschung, wo wir schon sehr gut aufgestellt sind, aber das noch weiter in die Unternehmen hineinzutragen. Nicht nur bei den großen Unternehmen, sondern auch bei den mittleren und bei den kleinen Unternehmen, weil beides die Grundvoraussetzung ist, dass wir in Zukunft erfolgreich sind. Dankeschön an die Landesrätin Albinger-Miedl. Wir machen weiter mit zwei Fragen an Hans Seitinger. Ist eh klar, auch in Ihren Ressorts überschattet Corona irgendwie alles. Sie verantworten mit dem Lebensressort ganz, ganz wichtige Teile der Grundversorgung. Sie haben es vorher eh schon angesprochen. Gibt es da auch Lichtblicke, Gründe zu Zuversicht, damit wir da auch irgendwie so positiv in die Zukunft schauen können? Naja, selbstverständlich. Zuallererst muss man, glaube ich, auch nach so einem harten Jahr einmal Danke sagen. Denn es ist einfach nicht selbstverständlich, dass die Ernährungssicherheit gegeben ist, dass die Wasserversorgung tagtäglich funktioniert in unserem Lande. Das sind ja so Dinge, die man eigentlich zu den Eigenschaften in unserem Land zählt, die niemand mehr hinterfragt. Oder wir haben auch in der Krise geschaut, dass niemand telogiert wurde. Es gab ja doch einige Familien und einige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ihren Arbeitsplatz verloren haben. Und das war auch ein sehr klares soziales Engagement, das wir in unserer gemeinsamen Arbeit in der Regierung auch sehr klar zum Ausdruck gebracht haben. Aber, und eine solche Krise sollte ja immer wieder auch zum Nachdenken anregen, Wir kennen alle noch die Zeiten, wo Russland den Gashahn abgedreht hat und wo wir dann auch große Krisen sozusagen in der Energieversorgung hatten. Ich glaube, dass der Moment gekommen ist, dass wir auch darüber nachdenken müssen, was heißt dieser Begriff der Sicherheit? Welchen Wert hat dieser Begriff der Sicherheit? Und gerade in den elementarsten Formen unseres Lebens und der Hintergründe, die es anzusprechen gibt, wie dem Essen und Trinken, wie der Energieversorgung, wie dem Wohnen, wie der Wasserversorgung. All das sind die großen Fragen, die schon sehr, sehr wichtig sind. Hier müssen wir zunehmend mehr auch auf eine Autarkie denken, auf die Sicherheit, die wir hier vor Ort haben, denken. Und ich glaube, da ist uns doch einiges gelungen, auch den Menschen zu beweisen, dass wir hier gut aufgestellt sind. Wir haben in den letzten Tagen wieder sehr viel gehört von Blackouts. Auch das ist ein durchaus spannender Moment, wenn sowas auf uns zukommt. Und ich glaube, auch dagegen kann man sich rüsten. Aber wir müssen eben rechtzeitig darauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht. Wie es einmal jemand gesagt hat, den wir alle gut kennen. Den lieben Willi Dunkel, glaube ich, war es. Oder war es ein anderer? Christopher kennt ich, oder? Jogi Kirschner war das. Jogi Kirschner, danke. Ja, also in Summe ist es, glaube ich, dieser entscheidende Punkt, die Frage der Sicherheit, der Versorgungssicherheit auch in die Köpfe der Menschen zu prägen. Und wenn ich nochmal vielleicht auf die Landwirtschaft herunterkomme oder die Landwirtschaft anspreche im Detail. Es ist ja so, dass die Bauern, wenn sie ihr Geld verdienen, das Geld ja meistens sofort wieder investieren. Also die haben ja kein großes Bankkonto oder spielen ja kaum mit irgendwelchen Aktien oder Anleihen, sondern das wird in den Betrieb investiert. Und wir haben doch auch im vorigen Jahr, im schwierigen Jahr gesehen, und es stehen auch im heurigen Jahr schon sehr viele Investitionen vor der Tür, dass wir in den Bereichen Digitalisierung in der Landwirtschaft, in die Energieversorgung, in die Direktvermarktung, also neue Modelle auch der Direktvermarktung, Online-Handel, Automaten, die wir aufstellen vor großen Einkaufszentren, beziehungsweise auch in der Nähe von großen Verbrauchermärkten. Also das sind schon Investitionen, die wichtig und notwendig sind. Und da hat sich aus meiner Sicht sehr, sehr viel getan. Und ich glaube, dass man das einmal auch in Zahlen wirken lassen muss. Die Investitionen der Landwirtschaft waren doch weit über eine Milliarde Euro in den letzten drei Jahren. Und das ist auch eine Wertschöpfung, die ausschließlich hier im Land bleibt. Also das kann man schon als ganz besonderen Wert hier auch ansprechen. Und vor allem jetzt so kurz vor der Landwirtschaftskammerwahl am Sonntag natürlich auch eben ganz, ganz wichtig. In aller Munde ist jetzt auch das Thema Regionalität. Ihr habt erst vor kurzem meine Grazer Familie kennengelernt, die sich heuer wirklich nur regional ernähren will. Das heißt, ihr trinkt jetzt auch keinen Kaffee mehr und so weiter. Aber gibt es diesen Trend, von dem eben auch derzeit eben viel berichtet wird, dass man wirklich schaut, zwecks Regional und Regionalität? Ja, ganz sicher. Also Regionalität, aber nicht nur der Trend der Regionalität, sondern auch der Trend zur Qualität und zur Transparenz wird immer größer. Das ist ein Auftrag, den wir gerne aufnehmen oder einen Ball, den wir gerne aufnehmen. Es ist ja so, dass wir mit der großen Masse in unserem Lande nie mithalten können. Da sind uns internationale Märkte, ja auch europäische Märkte viel zu groß und auch im Angebotsbereich also viel zu aggressiv. Wo die anderen allerdings nicht mitkommen, ist die Qualität und die Klasse. Also wir sind nicht für die Masse, aber wir sind für die Klasse. Und auf dieses Pferd wollen wir auch in Zukunft setzen. Wir haben in der Landwirtschaft daher ganz besonders das Thema regionale Versorgung in den Mittelpunkt gestellt und da gehört sehr, sehr viel hineininterpretiert. So haben wir vor kurzem gemeinsam auch vorgestellt, dieses Versorgungszentrum für Großküchen. Es ist ja nicht nur so, dass der Konsument, wenn er zu Hause kocht, zunehmend mehr auch schaut, wohin er greift, wenn er in die Vitrine greift oder ins Regal. Dass das auch etwas ist, wo er vielleicht sogar den Bauern kennt oder die Region kennt, sondern zunehmend mehr gehen auch Großküchen in diese Richtung. Dass sie sagen, ich möchte in meiner Gastronomie, ich möchte auch im Krankenhaus, im Pflegeheim, in der Kaserne, in den Schulen, überall gastronomisch oder kulinarisch die Regionalität hervorziehen oder hervorrufen. Und das neue Versorgungszentrum, das wir hier eingerichtet haben oder in Vorbereitung sozusagen jetzt einrichten, wird einen ganz wesentlichen Teil zur Versorgung dieser Großküchen leisten. Eine Mammutaufgabe. Aber wenn man eben klein strukturiert ist, muss man sich auch in der Vermarktung gut organisieren, damit man auch solchen großen Nachfrageprogrammen Folge leisten kann. Und ein letztes vielleicht, und das möchte ich schon noch sagen, das ist mir wichtig, das Thema Ernährung braucht eine neue Marke und nicht nur die Ernährung, sondern überhaupt der gesamte Lebensmittelfluss. Und wenn es gelänge hier, und auf das möchte ich hinarbeiten, eine Art Charter für Ernährung und für Lebensmitteln zu formen, in der auch die Produzenten, auch unsere Verarbeiter, selbstverständlich auch die öffentliche Verantwortung, die Politik und letztlich auch der Handel. Und wenn es dann noch gelingt, die Bildungsebene hier mit einzubinden, dann glaube ich, kommen wir genau dorthin, wo wir hin müssen, dass sich die Leute ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, dass das einen Wert hat, was man isst, dass das eigentlich der Treibstoff ist, von dem man lebt, ob man gesund bleibt oder weniger gesund ist, ob man Leistung erbrennen kann, wenn man sich richtig ernährt. Also hier sind unzählige Fragen, die wir so quasi unter ein Paket bringen müssen. Und ich glaube, das ist eine spannende Aufgabe für uns alle. Wir gehen es im nächsten Jahr, beziehungsweise schon im heurigen Jahr, ganz, ganz stark an. Es gibt auch viele, die hier mitmachen wollen und ich bin schon sozusagen voll in Begeisterung, dass das gelingen wird. Vielen Dank, Landesrat Hans Seitinger. Fragen war jetzt ganz groß gerade, deswegen, wir kommen jetzt zu Ihren Fragen. Also noch einmal die Info unter dem Kasten ist rechts unten der Button Frage stellen, dort einfach reinstellen und ich werde dann für Sie diese Frage stellen. Es ist auch schon einiges eingetrudelt. Ich darf gleich starten mit dem Obmann vom Seniorenbund, vom Gregor Hammerl, geht an die Frau Landesrätin Dr. Bogner-Strauß. Das Herzstück der Pflegereform aber ist meines Erachtens das Thema Personal. 18.000 Menschen werden in der Steiermark über mobile Dienste betreut. Die Mehrzahl von diesen Menschen sind über 85 Jahren. Wann werden die 2.400 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der mobilen Dienste der Steiermark geimpft? Eine Frage, die ich gerne beantworte. Ich habe schon vorher erwähnt, alle Impfdosen, die wir bis jetzt in der Steiermark zur Verfügung gestellt bekommen haben, sind in die Pflegewohnheime gegangen und in die Krankenanstalten, vor allem auf Covid-Stationen. Und wenn wir dann die nächsten Impfungen bekommen, dann wird es soweit sein, dann sind auch die mobilen Dienste dabei. Sehr gut, vielen Dank, Frau Landesrätin. Es geht weiter mit einer Frage an Landesrat Christopher Drexler, kommt von der Antenne Steiermark von Max Brasch. Wie sieht der Ausblick für kulturschaffende Veranstaltungen und im Sportbereich aus? Wann können Betroffene damit rechnen, wieder vor Publikum, vor Fans auftreten zu können? Wann kann auch der Amateurbereich im Sport aller Voraussicht nach wieder trainieren? Nun, ich glaube, das Erste und Wichtigste ist, dass es schon bei den ersten Öffnungsschritten ein Signal auch in Richtung der Kultur geben wird. Denn es hat ja der Herr Bundeskanzler am vergangenen Wochenende angekündigt, dass bei der ersten Welle von Lockerungen oder Öffnungen beispielsweise auch der Bereich der Museen dabei sein wird. Das ist mir besonders wichtig, das war mir auch schon nach dem November-Lockdown wichtig, dass man auch ein Signal zumindest an den Kulturbereich setzt bezüglich der Museen. Ist im Übrigen auch für uns wichtig, weil es uns eine gewisse Sicherheit für die Steiermark-Schau ab 9. April 2021 gibt. Alles Weitere ist natürlich Gegenstand von Verhandlungen. Wir wissen ja nicht genau, was ab 8. Februar insgesamt möglich sein wird, wann es dann zu weiteren Öffnungsschritten kommt. Aber es ist klar, dass sowohl der Kulturbereich als auch der Bereich des Sports hier von ganz großem Interesse sind. Denn was das Sportbetreiben betrifft, als Amateur oder so, da ist ja einiges Gott sei Dank möglich. Es ist das Skifahren möglich, es ist das Eislaufen möglich, es ist auch möglich, laufen zu gehen und dergleichen mehr. Aber natürlich ist das große Thema Mannschaftssportarten. Und das zweite Thema ist, ab wann wird es wieder Publikum geben. Hier ist einfach auf das zu achten, was wir sozusagen an Infektionszahlen erleben. Es ist darauf zu achten, wie sich die Impfsituation entwickeln wird. Und letztlich ist auch darauf zu hoffen, dass Frühling und Sommer kommen. Sie haben auch vor, dass Nightrace angesprochen. Am Dienstag ist es ja soweit. Diese Frage bezüglich Nightrace geht aber an Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl, ebenfalls von Max Brasch an Tennis Steiermark. Nächste Woche Nightrace in Schladning. Das steirische Ski-Highlight heuer ohne Fans. Wie schlimm, wie groß ist der Schaden für die Steiermark, dass dieses Event nicht wie gewohnt mit zehntausenden Fans über die Bühne gehen kann? Es ist natürlich sehr, sehr schade. Das muss man sagen. Es ist vor allem so, dass diese Fans, die ja vor Ort anreisen, auch für Umsätze sorgen, vor allem in der Gastronomie, auch in der Hotellerie. Das fehlt natürlich heuer alles. Das Positive daran ist aber einerseits, wie von meinem Kollegen Christopher Drexler angesprochen, das Signal, dass die Durchführung solcher Veranstaltungen auch in einer Pandemie möglich ist. Und wir profitieren natürlich trotzdem von den Fernsehbildern, die über die Landesgrenzen hinaus ausgestrahlt werden. Da kann sich die Steiermark einmal mehr beweisen als Ort, wo man Großveranstaltungen sehr gut abhalten kann, aber natürlich auch als mögliche Urlaubsdestination in den nächsten Jahren. Das ist eben die wirtschaftliche Sicht. Vielleicht darf ich da noch einmal an Landesrat Drexler überleiten, noch einmal das Thema Night Race aufzugreifen. Wie sehen Sie das? Ich glaube, ich kann da direkt bei der Barbara anschließen, es ist jedenfalls positiv, wenn so etwas stattfindet. Wir haben zwei Grand Prix im vergangenen Jahr erlebt. Wir haben zwei MotoGP-Rennen in Spielberg erlebt. Wir haben bereits Wintersportveranstaltungen gehabt in der Steiermark, in der Ramsau, im Lachtal. Es ist wichtig, dass wir zeigen, dass die Dinge stattfinden können. Und die Werbung in aller Welt und auch im Rest Österreichs ist jedenfalls da, sodass wir einfach froh sind, dass das stattfindet. Auf der anderen Seite freuen wir uns alle schon, wenn wieder Publikum dabei sein kann. Ich meine, ich freue mich im Übrigen auch schon darauf, selber wieder Publikum sein zu können. Die kann ich gerne einmal in ein Fußballstadion wieder gehen. Die kann ich sogar ganz gerne wieder einmal in die Oper und ganz besonders gerne ins Schauspielhaus gehen oder wo auch immer hin. Also ich freue mich selber, wieder Publikum zu sein. Im Übrigen gibt es dann für uns alle auch wieder die Möglichkeit, bei Veranstaltungen im politischen Bereich vielleicht auch direkt vor Menschen zu sprechen und die eine oder andere kritische Frage direkt gestellt zu bekommen. Da geht uns schon auch einiges ab. So gesehen ist ja die Politik auch wiederum mit Kultur und Sport verwandt. Wir brauchen auch ein Publikum. Das ist schon der zweite Seitenhieb in meine Richtung. Ich merke schon. Nein, aber ich bin sehr gerne da. Das war überhaupt kein Seitenhieb. Also um Gottes Willen, auch bei einer Live-Konferenz würden wir Sie ja sehr gerne als Moderatorin begrüßen. Ich finde das überhaupt eine tolle Idee, dass das so strukturiert, charmant moderiert, großartig zusammengefasst, was die Fragestellungen betrifft. Denn ich denke mir, da ist bei manchen Fragestellern wahrscheinlich auch noch notwendig, die Frage ein wenig zu straffen. Also dieses Publikum von heute kennen wir relativ gut. Und insofern herzlichen Dank, eine großartige Innovation, dass Sie bei uns sind. Das freut mich sehr. Und die freuen mich schon auf 2021, wenn es jetzt die Einladung dafür war, hoffe ich. Die nächste Frage noch einmal an Tennis Steiermark. Max Brasch betrifft Juliane Burgner-Strauß. Es sind gleich zwei Fragen. Kindergartenpädagogen und Kindergartenpädagoginnen bekommen jetzt doch auch Testkits in der Steiermark. Warum jetzt doch und wie wird das Ganze ablaufen und funktionieren? Die Frage war nie, ob, sondern die Frage war, wo können wir sie bestellen? Wie bekommen wir sie relativ schnell? Und es war ja am Anfang mit angedacht, dass eventuell der Bund auch die Kindergärten und die Kindergrippen mit den Testkits versorgt. Und nachdem es aber Kapazitätsgrenzen gegeben hat, haben wir gesagt, wir machen das selbst von der Steiermark. Und auch auf die FFP2-Masken möchten wir natürlich in diesem Bereich verteilen. Es wird natürlich keine Verpflichtung geben, in dem Bereich FFP2-Masken zu tragen. Aber wir möchten sie zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, dann kann die FFP2-Maske, die von uns kommt, verwendet werden. Okay, und nach der Vorverlegung der Semesterferien, wie ist der Status quo bei der Kinderbetreuung? Können Eltern, die ihren Urlaub jetzt nicht mehr verschieben können, ihre Kids in der Schule im Kindergarten betreuen lassen? Wenn ja, ist das kostenlos oder kostenpflichtig? In der Schule ist es so, dass uns der Herr Bundesminister Faßmann ja Ergänzungsunterricht zugesichert hat. Das heißt, es wird in den Schulen Betreuung geben. Man muss sich dafür anmelden und dann kann man daran teilnehmen. Und bei den Kindergärten, da sind wir jetzt gerade mit den Gemeinden in guten Gesprächen. Wir haben ja schon viele Kindergärten, die sowieso das ganze Jahr offen haben. Da stellt sich nicht die Frage, ob es jetzt in den vorverlegten Semesterferien auch eine Betreuung gibt. Und bei den anderen Kindergärten, die teilweise zumachen in den Semesterferien, da versuchen wir gerade mit den Gemeinden abzuklären, wie man am besten dort, wo es gebraucht wird, eine Betreuung sicherstellen kann. Vielen Dank. Ich glaube, die Frage ist damit beantwortet. Wir machen weiter mit dem Thomas Rossacher, Kleine Zeitung. Teilt Landesrat Drexler die Ansicht von Anton Lang von wegen, ich habe kein Verständnis dafür, dass sich Politiker vorzeitig impfen lassen? Sie sollen dann an die Reihe kommen, wenn es der Impfplan vorsieht und wenn der Impfstoff dafür vorhanden ist? Ich glaube, wir teilen alle die Meinung, dass die Impfungen entlang des Impfplans stattfinden sollen, entlang der Impfstrategie, die kommuniziert worden ist. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ja vor einer Woche circa angekündigt worden ist, auf Initiative von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, dass die Mitglieder der Landesregierung entlang dieser Impfstrategie sich vorbildhaft gemeinsam impfen lassen werden. Das ist, glaube ich, sogar sehr gut und das wird möglicherweise irgendwann im Februar oder wann auch immer genau stattfinden. Da geht es um ein Statement, dass auch politische Verantwortungsträger jedenfalls an dieser Impfung teilnehmen. Wir haben doch vor wenigen Wochen noch die Diskussion gehabt, dass die Impfskepsis so groß ist. Wir haben die Diskussion gehabt, ja, welche Kommunikation werdet ihr betreiben, damit diese Skepsis abnimmt? Ja, wie wird das überhaupt stattfinden? Jeden Tag ist eine neue Statistik oder Umfrage präsentiert worden, wie wenige Leute sich überhaupt impfen lassen wollen. Nun ist eine Situation entstanden und das ist eigentlich eine ganz großartige Situation, dass offensichtlich der Wille, sich impfen zu lassen, steigt. Und da ist die Politik natürlich auch aufgerufen, als Vorbildwirkung entlang der Impfstrategie an diesen Impfungen teilzunehmen. Im Übrigen, ein ganz berühmter Steirer hat sich offensichtlich gestern impfen lassen, Arnold Schwarzenegger in Kalifornien. Da gibt es so Drive-Thru-Impfstraßen offensichtlich, weil er am Beifahrersitz eines Fahrzeugs geimpft worden ist und gepostet hat, dass er noch nie so gern in einer Schlange gestanden ist. Also das ist insgesamt, scheint sich sozusagen die Meinung, was das Impfen betrifft, in die richtige Richtung, in eine gute Richtung zu entwickeln. Und ich bin sehr froh, wenn dann auch alle Landesregierungsmitglieder geimpft sind, entlang natürlich dessen, wie die Strategie ausgeformt worden ist. Das heißt, jetzt in der Phase 1 sind wir beim Krankenhauspersonal, beim Pflegepersonal und bei besonderen Risikogruppen und über 80-Jährigen. Und dann geht es weiter. Und ich hoffe, für alle Bereiche, die wir zu verantworten haben und im Interesse dessen, dass wir bald wieder in ein relativ normales Leben zurückkehren, dass wir in der ersten Hälfte dieses Jahres weite Teile der Steirerinnen und Steirer, zumindest all jene, die es wollen, tatsächlich auch geimpft haben. Mit der Anik sagt es auf Englisch, hat es meine das Jaukel quasi. Mir fallen da Worte ein von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer. Der hat vor ein paar Wochen gesagt, wir als Politiker, wir können es nur falsch machen. Lassen wir uns als einer der Ersten impfen, dann heißt es, ihr drängelt es euch vor. Lass warten wir und sagen, nein, wir tun noch nicht, dann heißt es, ihr traut es euch ja nicht. Sehen Sie für das jetzt auch so? Darf ich da vielleicht gleich einmal den Hans Seitinger abgeben, diese Frage. Ist es wirklich so, wie man es macht? Ist es sowieso verkehrt und falsch? Ja, das ist natürlich ein Grad, der ganz scharf ist. Ja, das wissen wir alle. Und ich glaube, das, was der Christopher jetzt gesagt hat, ist auch völlig richtig. Es ist klar vorgegeben, wer die Ersten sein sollten. Das hat ja auch einen Sinn. Das haben wir heute auch sehr, sehr klar gehört aus medizinischer Sicht. Und daran halten wir uns auch. Und trotzdem muss man sagen, wir sind eine Gruppe in der höheren Politik. Das gilt aber auch für Bürgermeister, die jeden Tag mit Menschen zusammen sind, die halt auch Verantwortung tragen, die Entscheidungen treffen müssen, die gesund sein sollten, wenn sie Entscheidungen treffen. Und sehr viele dieser Entscheidungen werden im Kollektiv getroffen. Das heißt, wir kommen immer wieder auch zusammen, auch wenn jetzt über Video vieles möglich ist. Aber für ganz entscheidende Punkte braucht man halt auch dann das Gegenüber. Und insofern, glaube ich, ist es schon richtig, was wir jetzt alle tun. Die einzige Hoffnung ist einfach, dass die Dosen dann alle so kommen, wie wir sie auch angekündigt bekommen haben. Und dass wir dann wirklich rasch möglichst viele in der Impfkultur drinnen haben. Und dass diese Angst und auch dieser Protest, der da gegenüber entsteht, zum Teil schwindet. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und heute ist wieder ein großer Tag, um hier Vertrauen wieder ins Volk hinein zu tragen, gelungen. Ich möchte dem Teddy Eisler-Eiselsberg wirklich gratulieren. Und unser Vortragender heute vor uns hat das aufgezeigt, dass es hier nicht nur unberechtigt ist, keine Angst zu haben, sondern dass es wirklich einen Sinn macht, sich impfen zu lassen. Und dass das die einzige richtige Möglichkeit ist. Und ich glaube, das müssen wir den Leuten sehr klar kommunizieren. Wenn es uns Politiker nicht glauben, dann sollen es wenigstens Teil glauben, die jahrelang und ihr Leben lang daran forschen und arbeiten. Ich glaube, da ist Aussage genug da und auch Wahrheit genug dahinter. Vielen Dank. Die nächste Frage geht an Juliane Bogner-Strauß. Wie viele der angekündigten zusätzlichen 3,8 Millionen Dosen von BioNTech-Pfizer wird die Steiermark erhalten? Fragt Thomas Rossacher von der Kleinen Zeitung. Das ist eine spannende Frage. Wir kriegen ja Gott sei Dank Impfstoffe von unterschiedlichen Firmen. Pfizer-BioNTech ist eine davon. Auch von Moderna werden bald größere Lieferungen gekommen. Und von AstraZeneca gibt es hoffentlich bald eine Zulassung und dann auch Impfstoffe. Mein Kollege Christopher Drexler hat es schon erwähnt. Wir freuen uns sehr darüber, dass die Impfbereitschaft wesentlich größer ist, als wir es so erwartet haben. Und es wurde am Anfang auch so diskutiert, dass die Leute skeptisch waren. Skeptisch ist aber ganz wichtig in dem Bereich, weil man muss sich schon erkundigen. Aber die Wissenschaft hat uns inzwischen, glaube ich, wirklich gut aufgeklärt, was die Impfstoffe angeht. Wie viele genau von BioNTech-Pfizer wann genau kommen, das weiß ich nicht. Das sage ich hier ganz offen. Von AstraZeneca werden auch viele kommen, sobald die Zulassung erfolgt. Wichtig ist, dass wir uns in der Steiermark vorbereiten. Und das tun wir. Wir haben jetzt ab Montag eine Anmeldeplattform für die über 80-Jährigen. Wir haben dann eine Woche darauf eine Anmeldeplattform für alle. Wir werden Impfstraßen organisieren. Wir sind in Abstimmung mit den niedergelassenen Ärzten. Wir sind in Abstimmung mit der ÖGK, denn dort gibt es Ambulatorien, die wir nutzen können. Wir haben bereits Angebote von der Technischen Universität, dass wir dort Räumlichkeiten nutzen können. Und sobald die Impfdosen da sind, kommen alle dran, die geimpft werden wollen. Darf ich da vielleicht nur mal kurz nachhaken, wenn dann wirklich alle sich auch anmelden können, die eben wollen. Wie wird das dann genau gehandhabt? Wer kommt da dann als erstes dran? Also wie handhaben Sie das? Da gibt es eine ganz, ganz klare Strategie. Ja, angefangen haben wir in den Pflegewohnheimen, die Covid-Stationen der Krankenhäuser, dann auch im patientennahen Bereich in den Krankenhäusern. Wir haben dann noch privaten Krankenanstalten, wo noch nicht geimpft wurde. Wir haben die Ärzte im niedergelassenen Bereich, natürlich auch die Zahnärzte, die besonders mit dem Virus in Kontakt kommen könnten. Ich habe schon erwähnt, die mobilen Dienste in der Pflege und Betreuung draußen, die drankommen. Wir haben die Hochrisikopatienten. Da wissen meistens die Hausärzte und die Fachärzte am allerbesten, ob es sich um Risiko- und Hochrisikopatienten handelt. Das heißt, wir holen einfach alle mit ins Boot. Wir haben ja einen großen Impfkipfel gemacht und wir haben eine Arbeitsgruppe, eine Steuerungsgruppe und so werden entlang der Impfstrategie alle geimpft, die sich impfen lassen wollen. Da hake ich jetzt nach mit einer Frage von Thomas Rossacher, wieder kleine Zeitung. Dialyse-Patienten schreiben der Redaktion, wie sie für eine Impfung erfasst werden können. Fällt das jetzt auch genau dort hinein? Genau dort fällt es hinein. Das sind ja Hochrisikopatienten und Patientinnen. Die Dialyse wird ja so gut wie immer im Krankenhaus gemacht und deswegen ist es relativ einfach, Dialyse-Patienten und Patientinnen sowie Transplant-Patienten und Patientinnen zu erfassen. Und das können wir über die Krankenanstalten machen. Alles klar, vielen, vielen Dank. Gerald Holler, Landtagsabgeordneter, fragt und zwar an Landesrat Seitinger. Welche Schritte werden gemacht, damit die Änderungen des Klimas für die Bauern eine Chance werden können? Ja, das ist eine sehr gute Frage, würde ich glauben. Der Klimawandel ist eine Geißel der Menschheit. Wir haben ihn selbst gemacht. Wir haben ihn provoziert über das letzte Jahrhundert in einer ganz besonderen Art und Form. Und es ist jetzt die Zeit gekommen, hier eine klare Antwort zu geben. Gott sei Dank hat gestern der amerikanische Präsident, das war nämlich eine wichtige Aussage auch in dem Zusammenhang, wieder sehr klar sich dazu bekannt, zurück zum Klimaabkommen von Paris zu kehren. Und das, was Donald Trump vor ihm gemacht hat, endlich auf die Seite zu legen. Der Klimawandel ist eine Herausforderung für die gesamte Menschheit. Aber selbstverständlich auch, wenn Gerald Holler das fragt, für die gesamte Landwirtschaft und Ernährungsversorgung auf dieser Welt. Wir müssen jeden Tag mit diesem Klimawandel leben. Wir haben unsere, so schön wird es oft gesagt, Werkstatt unter dem freien Himmel. Das kostet den Menschen Unmengen Geld. Man darf nicht vergessen, die klimabedingten Naturkatastrophen kosten dem gesamten Globus pro Jahr etwa 2.200 Milliarden Dollar. Dass über Versicherungen, über unsere eigenen Kassen, über unsere eigenen Geldbörsen bezahlt werden muss. Und da muss man schon einmal nachdenken, ob man hier präventiv nicht auch etwas Vernünftiges machen kann. Und die Vernunft dazu ist einfach auf sehr breite Ebenen gestreut. Die Industrie ist momentan dabei, durch hohe Innovationen, durch gigantische Forschungsleistungen Energie einzusparen, viele Technologien zu entwickeln, die weniger Energie brauchen. Wir brauchen eine klare Antwort in der Mobilität. Daher gibt es auch direkt aus der Steiermark, glaube ich, gute Antworten im Bereich der Elektromobilität und viele andere Teile mehr, weniger Treibstoff zu verbrauchen. Es braucht eine sehr, sehr klare Antwort, aber selbstverständlich auch im Wohnbau oder im Bau von Gebäuden überhaupt. Auch hier gibt es unzählige Forschungsarbeiten, die uns über die Sanierung, über Holzbau, über verschiedene Maßnahmen sozusagen hier Klima oder besser gesagt Energie einzusparen, diesen Klimaschritt zu erreichen. Und letztlich sind es auch wir Menschen, die über den Einkauf sehr, sehr viel zum Klimawandel beitragen können. Ich habe jetzt vor kurzem einmal einen Einkaufskorb zusammengestellt, sehr provokativ, aber in einem Geschäft gekauft, mit zehn Produkten des täglichen Lebens. Ganz bewusst ausländische Produkte, die heute angeboten werden, afrikanische Äpfel aus Südafrika, aus Chilean Wein und so weiter und so fort. Dieser eine Korb mit zehn Produkten des täglichen Lebens hatte 75.000 Kilometer am Buckel. Das ganz selbe Produkt oder dieselben Produkte kann ich auch aus der direkten Region kaufen. Da haben wir genau 350 Kilometer am Buckel. Also wir haben uns das sehr, sehr genau angeschaut. Und das allein ist die Antwort zum Klimawandel. Also wir können sehr, sehr viel selbst auch dazu beitragen, hier das Richtige zu tun. Und letztlich ist es natürlich auch eine Chance. Es sollte ja heute auch Zuversicht verstreut werden. Ich glaube, die Investitionen in den Klimaschutz, die ja letztlich auch wirklich nachhaltig sind, sind gerade für unser hoch innovatives Forschungsland eine Megachance in allen Bereichen, die ich vorhin angesprochen habe. Von der Industrie über die Mobilität, über den Wohnbau bis hin zur Energiefrage, zur erneuerbaren Energiefrage bis hin zum, wie gesagt, Einkauf, wo mehr Regionalität hineinfließen soll. Also wir müssen uns jetzt tatsächlich auch in diesen verschiedenen Sparten sehr darauf konzentrieren, das Richtige zu machen und auch den Mut zu haben, vielleicht da und dort ein paar Cent zuzulegen oder dafür zu bezahlen. Denn hier geht es um Sicherheit. Hier geht es um unseren Wohlstand. Hier geht es um unsere Lebensqualität und um die Verantwortung, die wir auch unseren nächsten Generationen hinüber sozusagen zu tragen haben. Und Klimawandel ist also eine zentrale, große Frage der Menschheit, die wir schon längst angehen sollten. Aber ich glaube, jetzt hat es so ziemlich jeder überrissen, dass es auch notwendig ist. Das glaube ich auch. Wird vielleicht noch ein bisschen dauern, aber ich glaube, das wird funktionieren. Nächste Fahrertrage geht an Barbara Eibinger-Miedl. Ein ganz großer Schritt ist heute beschlossen worden, nämlich die Tourismusreform. Wie stolz sind Sie auf diese Reform? Ich bin jedenfalls zufrieden, dass wir heute einen großen Meilenstein geschafft haben, weil das eine nachhaltige Veränderung ist, wo ich davon überzeugt bin, dass es absolut richtig ist, was wir hier tun und weil ich glaube, dass es den Restart auch verbessern wird. Weil man muss sich vorstellen, wir waren bis jetzt im Tourismus so klein strukturiert mit 96 Verbänden, darüber noch neun Regionalverbände. Und da haben einfach elf Erlebnisregionen, die entsprechend vom Budget her, auch vom Personaleinsatz her gut ausgestattet sind, ganz andere Möglichkeiten am Markt aufzutreten. Außerdem haben viele andere diesen Schritt schon gemacht. Also unsere Mitbewerber sind da zum Teil schon gut aufgestellt. Und deswegen war es auch bei uns das Gebot der Stunde, dass wir diesen Schritt jetzt setzen. Ich weiß, dass ich da gerade in den letzten schwierigen Monaten vielen vieles zugemutet habe. Ich freue mich aber auch, dass wir einen positiven Grund den Ort gehabt haben, dass sehr viele gesagt haben, ja, es ist jetzt zwar schwierig für uns vor Ort, das zu bewerkstelligen, aber der Grundgedanke, die Kräfte zu bündeln und damit am internationalen Markt besser auftreten zu können, ist absolut richtig. Es ist noch nicht vorbei. Zum einen geht die Gesetzesnovelle jetzt noch in den Landtag. Und zum anderen beginnt jetzt die Arbeit in den Regionen vor Ort, wo wir bis Ende September dieses Jahres Zeit haben, um überall diese Zusammenführungsprozesse zu starten. Das ist ganz unterschiedlich je nach Region. Ich habe Erlebnisregionen, die sind schon, was die Produkte betrifft, was die Positionierung betrifft, eigentlich fertig. Da geht es aber noch so um Fragen wie, welche Bürostandorte brauchen wir? Wie ist das mit der ganzen Rechtsnachfolge bei all den Verträgen? Und dann haben wir andere Regionen, wo die eigentlich erst sich auch in der Positionierung finden müssen, wo wir noch diskutieren müssen, welche regionalen Marken in der Erlebnisregion werden in den nächsten Jahren weiter positioniert. Also es ist höchst spannend und ich freue mich, dass wir heute einen großen Meilenstein geschafft haben. Noch einmal die Info an alle. Also wenn Sie noch Fragen haben, bitte beim Fragestellen-Button hineinschreiben. Nächste Frage geht an Christopher Drexler. Europa stärkt die Steiermark, die Steiermark stärkt Europa. Mit diesem Slogan werben Sie ja im Europa-Ressort. Ist das ein positiver Ausblick auf die europäische Zukunft? Nun, absolut. Also ich bin sehr froh. Erstens einmal bin ich ganz glücklich, in der neuen Legislaturperiode für den Bereich Europa und Internationales auch zuständig sein zu dürfen. Hätte es mir natürlich ein bisschen anders vorgestellt, als es sich im letzten Jahr dargestellt hat, weil die Sitzungen des Ausschusses der Regionen beispielsweise eben auch praktisch als Videokonferenzen stattfinden und kein direkter Austausch mit den Kollegen aus den europäischen Regionen denkbar ist. Aber es ist uns schon gelungen, auch Akzente zu setzen. Wir haben beispielsweise im Herbst einen Green Transformation Summit veranstaltet, im Rahmen der Automotive Intergroup des Ausschusses der Regionen, wo wir aus dem Grazer Landhaus im Format einer Videokonferenz alle Automobilregionen Europas zusammengebracht haben, um über die ambitionierten Ziele im Zusammenhang mit Klimaschutz und grünen Antriebstechnologien, technologieoffen über solche Dinge zu reden, eine steirische Initiative, die europaweit sozusagen beachtet worden ist. Und daher ist es natürlich eine Chance für die Steiermark, wenn wir uns auf europäischer Ebene engagieren. Noch einmal ein Beispiel der Automobilindustrie. Oder sagen wir es allgemeiner und genereller der Mobilitätsindustrie, die ja für die Steiermark ein ganz besonders wichtiger Industriezweig oder eine wichtige Industriesparte ist. Wenn wir hier in Europa Akzente setzen, wenn wir uns bemühen, die europäische Politik im Hinblick auf Mobilität, Automobilindustrie, Mobilitätsindustrie mitzugestalten, entstehen für die Steiermark Chancen. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass wir uns in diesem Bereich engagieren. Und da bleiben wir mit Sicherheit am Ball. Auch die neue Europastrategie, die wir in der ersten Jahreshälfte noch präsentieren werden, wird hier weitere Impulse geben, weil es wichtig ist, eben auf dieser Ebene sozusagen eine Rolle zu spielen und auch in der direkten Nachbarschaftspolitik entsprechende Akzente zu setzen. Eine Frage an die beiden Damen und zwar kommt von der Kronenzeitung von Markus Stolmeer. Liebe Grüße. Und zwar vielleicht beginnen wir mit Landesrätin Bogner-Strauß. Lässt sich schon abschätzen, wie hoch die Kosten zur Bewältigung der Corona-Krise heuer sein werden? Tests, Impfstraßen, Wirtschaftshilfen und so weiter, fragt er. Vielleicht beginnen wir mit der Gesundheitslandesrätin. Also das lässt sich, glaube ich, noch nicht abschätzen. Und wahrscheinlich ist jede Zahl, die ich hier sagen würde, eine Zahl, die vielleicht übermorgen schon wieder überholt ist. Ich habe ja heute schon gesagt, wir haben jetzt die britische Mutation dazu bekommen. Ich hoffe dennoch, dass wir die Infektionszahlen weiterhin reduzieren können. Aber sollte das nicht so sein, dann werden noch weitere Herausforderungen auf uns zukommen. Und das werden wohl auch dann budgetäre Herausforderungen sein. Darf ich die gleiche Frage dann im Weitergeben auch an Eibinger-Miedel, bitteschön. Auch da in der Wirtschaft ist es schwer zu budgetieren. Zum einen bin ich mal sehr froh, dass die Bundesregierung wirklich umfassende Maßnahmenbündel gestaltet. Und hier wirklich den Hauptteil auch bei den Wirtschaftshilfen trägt. Seitens der Steiermark haben wir das mit ergänzenden Maßnahmen in den letzten Monaten schon flankiert. Ich muss dazu sagen, jetzt rückblickend aufs letzte Jahr ist einerseits gerade im Tourismus, der schwer betroffen ist, uns ein sehr positiver Sommer gelungen. Das ist erfreulich. Die Wintersaison schaut natürlich ganz anders aus. Und wir hoffen, dass wir so früh wie möglich wieder Gäste in der Steiermark begrüßen können. Auf der anderen Seite hatten wir letztes Jahr die große Sorge, dass unsere Industrie einbrechen wird. Diese Sorge ist Gott sei Dank nicht eingetreten. Die Industrie steht viel besser da, als wir es befürchtet haben. Und da wäre der nächste wichtige Schritt, dass wir, wenn wir jetzt weltweit zu Impfungen kommen, dass auch bald die Reisetätigkeit wieder möglich ist. Denn wir sind ein exportorientiertes Land. Es ist wesentlich, dass die steirischen Unternehmen weltweit ihre Aufträge lukrieren können oder auch jene Arbeiten, die schon getätigt sind vor Ort, dann in der Montage tätigen zu können. Eine weitere Frage an Juliane Bogner-Strauß. Und zwar, wie können Steirerinnen und Steirer in Zukunft in Würde altern, beziehungsweise welche Rolle spielt dabei die Pflegereform? Das ist das höchste Credo, in Würde zu altern. Das wünschen wir uns alle. Wir werden ja glücklicherweise immer älter. Wir haben nur eine kleine Herausforderung in der Steiermark. Wir werden leider nicht besonders gesund alt. Das heißt, es gibt jetzt wirklich zwei wichtige Eckpfeiler für die nächsten Jahre in meinem Ressort zu bewältigen. Auf der einen Seite in die Prävention zu investieren und viel für die Gesundheitsprävention zu tun. Und auf der anderen Seite den Menschen zu ermöglichen, in Würde alt zu werden. Und was bedeutet das? Erstens einmal, dass alt sein dürfen. Und zweitens auch, die Menschen zu fragen, wie will ich alt werden? In welchem Umfeld möchte ich alt werden? Möchte ich zu Hause versorgt werden? Kann ich zu Hause versorgt werden? Und ich habe das vorher schon kurz angesprochen, das Thema mobil vor stationär. Wir gehen hier in der Steiermark genau diesen Weg. Es ist bekannt, dass die Steiermark die meisten Pflegewohnheime haben. Und wir haben auch auf den Bevölkerungsschlüssel heruntergebrochen, die meisten stationären Betten. Und deshalb ist unser Ziel, die mobile Pflege auszubauen. Dass die Menschen so lange wie möglich zu Hause betreut werden können. Meine Oma hat immer gesagt, einen alten Baum versetzt man nicht. Und das ist unser Ziel. Und da gibt es viele neue Möglichkeiten. Auch Telemedizin und Telecare dürfen wir hier nicht vergessen. Der Ausbau der Alltagshilfen, der Ausbau der mobilen Hauskrankenpflege. Wir haben es auch geschafft, die mobile Hauskrankenpflege günstiger zu machen für die Klienten. Ja, hier haben wir einiges vor. Und die Pflegereform des Bundes kommt uns da natürlich entgegen. Weil das ist natürlich kostenintensiv. Und wir müssen schauen, wie wir das auch gut bedecken können. Und ich bin ja auch in der Taskforce dieser Pflegereform. Und in einigen Monaten wird es da noch mehr Antworten auf diese Frage geben. Diese Überleitung ist jetzt komplett weit hergeholt vom Baum zum Wald. Es ist nämlich die Frage gekommen, Steiermark ist für Waldreichtum bekannt. Was passiert jetzt mit dem ganzen Wald? Herr Zeitinger. Er wird stehen bleiben, aber hoffentlich nicht jeder Baum. Der Wald ist natürlich unsere große Ressource. Das ist überhaupt keine Frage. Zwei Drittel unserer Landesfläche sind mit Wald bestockt. Und wir haben uns ja sehr bemüht in den letzten Jahren, hier als Waldreichs des Bundesland Österreichs auch federführend im Bereich der Entwicklung von Produkten, federführend, aber auch in der Gestaltung der nachhaltigen Waldwirtschaft zu sein. So haben wir, und das ist, glaube ich, wirklich ein Meilenstein im Bereich der Holztechnologie, gemeinsam auch mit unserer Technischen Universität hier in Graz, aber auch mit der Montan-Universität in Leoben, versucht, nicht nur den Baustoff Holz in einer perfektionierten Form weiterzuentwickeln. Es werden etwa 30 Prozent des gesamten geförderten Wohnbaus bereits in Holz, wird in Holz gebaut. Es werden Schulen gebaut, Kindergärten, Krankenhäuser. Christopher Drexler hat sogar einen Mut gehabt, ein Krankenhaus zu bauen, noch bevor die Juliane die Verantwortung gehabt hat. Also das sind Zeichen, dass der Baustoff für jede noch so sensible Art der Gebäude möglich ist. Und wir versuchen natürlich auch, dass wir den Bereich der Energiewirtschaft noch viel, viel stärker mit Holz sozusagen bestücken wollen. Und dann geht es hinein in moderne Treibstoffe und weitere innovative Produkte. Der Wald ist Arbeitgeber, und das sollte man nicht vergessen, für 55.000 Menschen in der Steiermark. Da sind die Bauern nicht mitgezählt, sondern das sind die Tischler, das sind die Zimmerer, das sind alle, die an der Holzwirtschafts-Wertschöpfungskette arbeiten. Und das ist auch eine politische Verpflichtung hier, für diesen großen Cluster sozusagen auch diesen Wertstoff Holz zu einem innovativen Baustein zu machen. Und das werden wir weiterverfolgen. Die Frau Bundesministerin Köstinger hat mit 350 Millionen Euro einen Waldfonds gegründet, den wir im ganzen Bundesgebiet sozusagen zielgerichtet einsetzen. Und wir werden das Geld sehr gut gebrauchen können, auch im Bereich der Innovation und Forschung. Denn ohne Forschung werden wir auch technologisch hier die Produkte, die wir aus dem Holz erzeugen können, nicht erzeugen können. Ich spreche von Dämmstoffen, Treibstoffen und vieles mehr. Also hier sind wir, glaube ich, insgesamt sehr, sehr gut drauf. Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von Landtagsabgeordneten Hubert Lang. Ich würde sagen, das betrifft sowohl Eibinger-Miedel als auch Christopher Drexler. Ich würde sagen, wir starten mit Barbara Eibinger-Miedel. Meine Frage, Zukunft von Europa, Klammer Brexit. Wirtschaftliche Auswirkungen? Fragezeichen. Also zum einen ist jetzt einmal Gewissheit da. Wir haben jetzt jahrelang mit diesem Brexit uns schon beschäftigt. Uns hat keiner gewusst, wird es einen Deal geben oder nicht. Jetzt haben wir zumindest Gewissheit. Wir haben seitens des Landes die steirischen Firmen schon in den letzten Jahren intensiv dabei unterstützt und beraten, sich auf diese neue Situation einzustellen. Das heißt, da kommen jetzt neue Formalitäten dazu. Was Zölle und so weiter betrifft, gibt es Gott sei Dank die Regelungen im Deal. Also da hat man einiges zustande gebracht und Großbritannien war bisher schon der viertwichtigste Exportmarkt für die Steiermark und wird auch in Zukunft wichtig sein. Die steirischen Firmen mit ihren hochtechnologischen Produkten werden sicherlich auch in Zukunft in Großbritannien gut realisieren können. Wir kommen eh schon schön langsam zum Schluss. Jetzt hätte ich gerne bitte wieder von allen Vieren gewusst. Vielleicht starten wir eben bei Landesrätin Bogner-Strauß als erstes bei der Frage, Was wünschen Sie sich vom Jahr 2021? Die Frage kann ich viel leichter beantworten, als was war die größte Herausforderung. Was wünsche ich mir? Ich wünsche mir, dass wir wirklich zuversichtlich und gemeinsam in die Zukunft blicken, dass wir es wirklich schaffen, mit den Impfungen wieder Schritt für Schritt in unseren Alltag zurückzukehren. Und ich wünsche mir unglaublich, dass ich endlich wieder raus zu den Menschen gehen kann. Ich bin einfach auch gerne draußen bei den Leuten, in den Gemeinden reden, sich unterhalten, sich anhören, was gibt es für Sorgen, was gibt es für Ideen. Das vermisse ich unglaublich. Und ich bin guter Dinge, dass wir im Sommer damit wieder starten können. Und was ich natürlich auch vermisse, ist, mit meiner Familie die Großfamilie in der Südsteiermark zu treffen. Das geht mir schon sehr ab. Aber vor allem geht es meinen Kindern unglaublich ab, die ihre Cousins, Cousinen, Omi, Opi, Onkel, Tanten unglaublich vermissen. Und wo es wirklich schon langsam, und das wird es für uns alle, schwierig wird zu erklären, und warum man sich nicht treffen kann. Und gerade in diese Richtung brauchen unsere Kinder und Jugendliche viel Unterstützung. Und deswegen freue ich mich, dass ich da auch noch ein neues Projekt präsentieren kann, nämlich gemeinsam stark für Kinder mit den Gemeinden draußen. Und das kommt genau zur richtigen Zeit, um Zuversicht zu erzeugen und für alle draußen da zu sein. Ich hoffe dann, dass man dieses Lächeln dann hoffentlich auch öfter sehen kann, wenn Sie sagen können, ja, ich schaue positiv in die Zukunft. Darf ich gleich weitermachen? Christopher Drexler, bitte. Ja, was wünsche ich mir für 2021? Zu allererst einmal mit Charlie Kornhäusl und Andi Kinski zu einem GRK-Spiel gehen zu können und mit allen anderen Kollegen von mir aus auch zu einem Sturmspiel. Und ich glaube, das ist ja die Hoffnung, die uns alle eint, dass man zu Sportveranstaltungen gehen kann, dass wir Kultur erleben können und letztlich ganz was Einfaches vielleicht auch mit dem Hubert Lang gemeinsam zum Buschenschauen gehen zu können. Da freut man sich auch persönlich drauf. Darf ich gleich weitermachen? Barbara Eibinger-Miedl, 2021. Ja, aus Ressortsicht wünsche ich mir natürlich einen Wirtschaftsaufschwung, der ja auch prognostiziert ist und ich bin optimistisch und zuversichtlich, dass das auch so eintreten wird. Und persönlich natürlich auch mehr Freiheit, wieder persönliche Kontakte, weil ich muss ja dem Christopher recht geben. Ich würde vorschlagen, dass wir das jetzt immer so gut, kompetent und charmant moderiert machen werden in den nächsten Jahren. Aber wenn ich zurückdenke ans letzte Jahr in St. Kadreien, wo ich in großer Runde meinen 40er feiern konnte, bis in die frühen Morgenstunden, dann geht einem das schon ab. Und wir haben heute schon gescherzt, das ist wahrscheinlich morgen der erste Freitag, wo wir alle nach einer Abgeordnetenkonferenz gut ausgeschlafen sein werden. Kleiner Wink, also weil Sie den Runden gerade angesprochen haben, 14. Jänner nächstes Jahr hätte ich einen Runden, also falls wir feiern wollen, dann nach einer Konferenz. Last but not least, Hans Seitinger, der Wunsch für 2021. Die großen Persianer investieren immer antizyklisch. Und ich glaube, diesen Mut sollten wir hier in der Steiermark auch haben. Wir wissen alle, dieser Spuck geht an uns vorbei, sehr bald einmal vorbei. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich wichtig, an die Zukunft zu glauben. Und das gilt für uns in der Regierung, glaube ich, das haben wir heute auch alle zeigen können, sehr, sehr klar. Wir wollen nicht so quasi die Asche weitertragen, sondern wirklich das Feuer. Und wir haben alle Feuer für dieses Land. Und das ist das Wichtigste. Was ich mir wünsche, ist erstens, das möchte ich sehr klar sagen, wieder einmal ganz schlicht und einfach den Menschen eine Hand geben zu dürfen, sie begrüßen zu dürfen, vielleicht auch einmal abpusseln zu dürfen. Das gilt auch für unsere Landtagspräsidentin, die das ja sehr gerne tut. Ich freue mich auch, wenn ich ihr das erste Busserl sozusagen dann vielleicht geimpft geben kann. Das Zweite ist, gute Beischelsuppenessen beim Wirten mit ihm zu reden, was er druckt. Die Wirten sind ja meistens die besten sozusagen Plakatständer, die wir alle haben. Die wissen, was das Volk so denkt. Und mit einem Wirten zu reden beim guten Essen am Abend oder zu Mittag ist immer eine Bereicherung. Und das Letzte, ich hoffe, dass die Wurstsemmelzeit vorbeigeht, auch für mich. Denn als einer, der die Kulinarik in der Steiermark ganz besonders hochhalten möchte, ist das, was wir jetzt so miterleben mit Plastikgeschirr und aufgewärmt und niedergekühlt und wieder aufgewärmt. Das ist das Allerletzte. Also auf das freue ich mich und ich glaube, da sind wir alle dabei, wieder am meisten, dass wir wieder die Kultur, die steirische Ess- und Trinkkultur in unserer alten, guten, gelebten Form weiterleben können. In dem Sinne, alles Gute, bleibt gesund, es lebe hoch der Bauernbund. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich glaube, es war ein schöner Abschlusssatz. Vielen Dank an die vier Regierer, an die vier Landesräte.